I'm from Eden Guten Tag YouTube! Halleschön! Und willkommen zu neuen Folge mit mir! Das war's für dich! Oh Gott, das war ja chaotisch! Heute spielen wir ja ein privates Wettkampffiel mit mir gegen... Keine Worts, eins gegen eins! Mal gucken, wie's wird! Und ich bin Kacke und ich bin Leona! Oh Gott, diese Wintermap! Die ist geil! Okay, ich bin gespannt, Max. Ich bin gespannt. Nein! Nein! Was geht das? Mann, ich wird ganz kurz rausgeworfen! Oh, ich muss gleich das schließen. Ich wird die ganze Zeit rausgeworfen von dem Spiel! Tor! Junge, was ist das für... Fuck! Schon wie ich muss... Sagt wie, ich muss das Spiel neu starten! Nee, danke jetzt, aber jetzt nicht mehr! Hä? Jetzt hat's mir geklappt! So gut! Mann, ich muss einfach wieder... Ich muss einfach wieder reinkommen, wenn man... Oh! Es war nicht mal! Ja, ja, egal! Guck mal! Du hattest sogar den Ball! Also unfair war's nicht! Ich konnte eben nicht mal klicken, weil ich bin ganz kurz rausgeworfen von dem Spiel! Okay, dafür darfst du aufs Tor schießen! Wenn der Ball reingeht... Das war zu niedrig! Das war zu niedrig! Verdammt! Oh, der soll... Nein! Haha! Sollte sich beeilen, Max! Das soll ich, das ist dabei! Ich schlürt! Ich! Ich habe noch gesprungen am Ende! Oh! Das war... Sehr riskant! Ah! Information! Wie ihr sehen könnt, sind wir beide jetzt nicht die Besten! Ich mal ansatzweise! Na ja, du bist ein bisschen besser als ich! Es stimmt, aber... Trotzdem im Vergleich sind wir relativ... Nein! Ich habe zu weit... Oh! Ich krieg da einen Anteil! Langer Ball! Nein! Nein! Oh! Das gibt's doch nicht! Okay, du darfst nochmal drauf schießen! Vielleicht hast du jetzt ja bessere Chancen! Oh! Mann, das war zwar zu rechts! Oh was da... Ah! Für g-... Ah, den haste, den hattest du. Mann, das ist dieses blöde Schneeboot, da rutscht man immer bis nach unten weg. Schön, der Booster einsam. Ja, passt zu mir. Ja. Der Vertreter fliegt immer weg. Ja. Ah, nein! Echt, ich vergiss mal, ich schütze mich auf, ob ich springe schon oder nicht. Ah, analysieren wir, du warst ziemlich weit vorn. Okay, du hast da mal eine Heuschock zu schießen, als auf ein Tor zu schießen. Das ist Tor, oder? Ja, eindeutig. Mann, ich hätte... Nein! Das gibt's doch nicht! Du, 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 du! Okay, jetzt wird's. Hör auf, mich zu träumen! Haha. Ah, das war nicht so gut. Ich weiß was. Nein, ich wollte das machen, was nicht funktioniert hat. Bin ich ehrlich. Nein! Nein, das war eng. Nein! Ich wollte dich nur... Na los! Na, komm! Nein! Nein! Okay! Ja, komm! Ja, chill! Ja, Mann! Ja, Mann! Ah! Ah! Oh, oh, oh! 5 zu 0! Ja, Mann! Ach, du Backe! Oh, ich bringe Hundenbeuge. Dank für Video. Nein, nein. Ich bin einfach eisweit rüber gesprungen. Das habe ich mir dabei gedacht. Äh, ja. Nein, nein. Ey, warum mache ich diese Musik dazwischen? Ich will meine alte Musik haben. Du hast sie ausgewählt. Oh, stimmt. Ja, du hast jetzt nochmal die Chance, noch ein Tor zu schießen. Direkt hintereinander aus. Hält sie davon. Ah, zu tief! Nein, ich habe... Oh, ich bin aus der Abwecke gesprungen. Das... Gehen! Doch! Nicht! Oh, das ist aus! Trickser! Drei! Ah, knapp. Aua. Nachversuch zum langen Ball. Ah, der war schlecht erwischt. Ich bin erwischt. Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich! Ah! Bam! Sechs zu eins, Max! Ah, ich kriege gar nicht. Ich glaube, ich kriege zwei Bots hinzu. Ich weiß nicht, ob du... Aber dann habe ich ja auch zwei Bots. Ja, stimmt. Oh, wie warst du denn weggeflogen? Wir könnten auch, ähm, Wärmesucher mal spielen. Oh mein, nein! Ich das Spiel! Ich hasse deiner... Warum? Kannst du auch Tore noch erwischen? Weil, sieben zu eins ist schon ziemlich eine Ansage. Oder, oder, oder? Jetzt noch mal... Jetzt noch mal... Ich? Okay. Ready? Ich? Ist voll weg! War der zu hoch? Oder war der okay? Nee, komm, muss gucken. Ich glaube, ich hab den Wickel nicht erwischt. Der war zu hoch. Zu niedrig! Ich bin zu niedrig! Ich kann's doch mit nach oben schränken! Okay, soll ich oder du? Ich? Okay. Nochmal anschubsen. Nochmal, 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 nochmal. Oh, der war so ein bisschen hoch. Nein! Ich hab nach hinten gesteuert! Ich hab nach hinten gesteuert! Ich wollte einen nach oben flitschen! Na guck! Und hab mir gedacht... Obwohl der Ball ging. Obwohl der Ball ging. Du warst auf der richtigen Höhe, wie es aussieht. Aber ein bisschen mit rechts, egal. Boah, es ist dumm, was ich jetzt grad tue, aber... Yes, Max! Der Ball liegt gut, Richtung mein Tor! Pff, scheiße! Winkel nicht überrecht! Oh, oh, oh! Ich bin doch schlecht, ey! Ich... Ich krieg mit mir nichts weg! Junge, mehr Lack als Verstand habe ich. Klapp. Nein! Ich hab aus dem Rücken jetzt grad gedrückt, statt. Wir sehen... Aber jetzt, komm! Los! Nein! Okay! Ja, stimmt. Hä? Ach, das Spiel! Jetzt weiß ich wieder! Ja, was... Was hattest du denn im Kopf? Hä? Ich hab sogar angefangen. Ready? Nein... Okay, ready? Ready, 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 ready. Guck mal, ich mach extra leichter Angabe. Was? Guck mal, ich mach extra eine leichte Angabe. Guck, siehste, hast du doch... Ja, kriegste? Ja, ich muss erst mal rein, komm wieder. Bleiben! Wuhu! 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 Geisteskranker Ball! Zack! Zack! Aus diesem Winkel! Aus dieser Höhe! Aus dieser Gerechtigkeit! Ich bin so, jaaa! Ja, passiert auch mal dem... Allerschlechtesten! Ah, kriegste? Den krieg ich! Luftbälle! Gute Nacht! Wuhu! Ach, ey! Wuhu! 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 Ich hab den Ball nicht erwischt. 1-1. Oh ne, nicht schon wieder Probleme. Hättest du weiter nach vorne spritzen müssen? Weil den Aufdruck schon Hellswingel gekriegt. Max macht bitte einen Aufschlag. Nein, warum fahr ich denn so weit nach vorne? Warum fahr ich denn so weit nach vorne? Ja, komm mal. 2-2-1. Warum fahr ich denn so nach vorne? Wiss ich auch nicht. Du warst schon 61. Naja, passt jetzt. Du brauchst noch leicht anstipsen. Und damit der Ball... Oh, der war zu. Was für Lack von mir. Ok, krieg ich den? Easy. Den hast du auch gut. Den hast du auch gut. Hopp, 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 hopp. Der war so... Diese Husten, die wenn ich in den Raum fliegen, die sind sehr schwer zu kriegen. Wenn du verstehst. Dieser, die Lack. Ja, das verstehe ich. Ok, der war auch nicht nett. Das gibt's doch nett. Jetzt los ich doch nur wieder ab. Die Lack. Hä? Also... Ok, das war ähm... Warum wollen wir nicht drüber sprechen? Du hast dich nicht mal verbillt. Du hast dich nicht mal verbillt. Ich hoffe, jetzt funktioniert's mit dem Bewegen. Also, ich war gerade... Jetzt, wir umziehen jetzt. Wow, ready? Oh, Max... Äh, doch, Max, Max, Max. Das wird ein bisschen riskant. Nein. Oh Gott! Oh Gott! Nicht die Hände! Oh mein Gott, haben sie doch gekriegt! Die kriegst du auch. Kriegst du. Ich glaube, ich bin nicht. Der Becker mit Lichter ist weiter. Okay, der war wirklich schwer. Ich weiß nicht, ob ich so einen kriegen konnte. Da kannst du anschauen. Ich war... Ja. Ja, im Arsch. Es war... Es war gemeiner Ball. Ach Mann, warum mach auch ich immer die blöden Bälle? Kannst du auch mal so machen. Wenn du unter dem Ball stehst, glaube ich. Ich habe gedacht, ich erwische ihn. Millimeter. Guck mal. Er hüpft über mich. Über mich. Ich dachte wirklich, er kriegt... Also ich... Mach mal, ähm... Backflip. Achste. Oh, ich drehe es nämlich auf mich konzentrieren. Wie ich den Ball halte. Oh. Kommt der gut? Weiter... Nein! Ein bisschen nach hinten sind die noch! Ach, Scheiße! Nach vorne! Du hättest wieder nach vorne gemacht. Hinten! Nein! Weißt du warum? Weil dann hättest du nicht so krasse... Auf... Aufdorst. Äh... Ich würde nicht so krass machen. Oh. Aber jetzt ist wieder Max dran. Jedes Mal will ich dich gleich in den Fehler machen. Kommt der überhaupt Richtung Tor? Nee. Nee. Oh... Nein! Ah! Du musst... Du musst... Du musst weiter aus dem Tor. Wir könnten mal zusammen machen. Und gegen... Oh, ne. Gegen Bots ist ja langweilig. Doch. Gegen Stark-Bots. Weil du... Weil du musst, wie du siehst, noch viel viel früher raus. Ja, ich merke. Ich muss hüpfen mehr. Hüpfen und weiter raus. Ja, das ist... Das ist wichtig. Wichtig in allem. Und... Ich... Aus! Es war nicht mein Winkel. Ich flieh aus. Ich flieh aus. Ich flieh aus. Ich flieh gleich aus wieder. Ah, das Spiel ist sowieso vorbei. Mann! Aber du hast... Du hast wieviel Tore geschossen? Drei? Das war zwar nicht mal so schlecht. Drei. Ja. Okay. Oh, ne. Schön. Oh, ne. Schön in Brasilien. Mit den tollen Eiern oder was es immer das ist. Jetzt bin ich ja... Jetzt bin ich ja gelb. Fans! Boah. Perfekt. Fans, jubelt mich an! Ich bin... großer Fan. Ach, Mann! Ich dachte, ich bekomme... Oh, die Kante! Oh, ich muss... Warte mal! Hier war der Trick! Seitlich stehen! Seitlich stehen! Stimmt! Das war der beste Trick nochmal! Seitlich stehen! Stimmt! 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 So zu dem Baller! Ähm! Haha! Der rollt's auf meiner Seite ganz langsam weg! Junge! Wie wir kaum mal dann los geht! Oh, der ist ja mal! NICHT! Lange ich dich! Der war gemein! Der war gemein! Ich hab ihn schon... Ich hab ihn so unter der Kante bekommen! Der war gemein! Bin ich ehrlich! OHHHHH! 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 Weißt du was ich jetzt mache? Weißt du was ich jetzt mache? Oh, bitte tu nichts mehr mal! Machst du eigens, oder? Geht nicht! Den kriege ich! Den kriege ich! NICHT! NICHT! Schon wieder! OHHHHH! Ich kann nichts dafür! Ich lass die Bälle so abdotschen! Guck! Ich war schon wieder zu weit hinten! Zu weit vorne! Du musst ein bisschen nicht mehr move'n! Ja! Du warst zu weit vorne hier und etwa hinten gehauen! Du warst diesmal zu weit vorne eben und warst die ganze Zeit zu weit hinten! OHHHHH! Du musst mehr bewegen glaube ich! Du musst unter dem Ball glaube ich kommen! Ich glaube das ist so eine bessere Taktik! Weil so kommt der bei mir immer flach! Und dann brauch ich den nur anberühren und schon wird der Geist krank hoch! Weißt du? Den hast du! Ja, so klappt das besser seitlich tatsächlich zu mir! Uh, das war eng! Ich hätte den Ball nicht bekommen! Nein! 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 Ich hab zu früh! Ich hab zu früh gesprungen! Ne, zu spät! Ja, du hättest diesmal dich nach vorne bewegen müssen! Nach so... Du kennst doch diesen vorne nach... Also springen, nach vorne und dadurch etwas fliegen! Ich weiß! Oh, der war Latte! Das hättest du da machen müssen! Junge, der war gemein von dir! Aber der war etwas zu hoch! Sonst hätte ich den bekommen! Und da wo war das Problem... Du bist leicht dran vorbeigefallen! Ohhhh! Komm schon, Max! Machst du jetzt... Machst du jetzt... Machst du jetzt die Zeugung! Was für ein Boy... Boy's Chris! Jugo, was bist du bei mir vorne? Haha! Oh, sorry! Ich bin da aus dem Wald geflogen! Ohhhh! Ich hab keinen Bock mehr auf'n Spiel! Okay, okay, dann gehen wir raus! Du gehst jetzt zu mir! Die ist bewusst... Warte, ich wechsel das Team! Team wechseln! Orange! Du musst bei... Ich bin... Warte, Team wechseln! Bei Blau muss ich... Es geht nicht! Ich komm da nicht rein! Du bist bei Blau! Aber da bei der 1,2 Einspieler sind! Ahhhh! Nein! Du musst wechseln! Du bist in Blau drinne! Ich bin jetzt bei Blau! Du bist jetzt bei... Jetzt lang aber... Das war ein bisschen unnötig! Gerade gewesen! Okay, dafür konnte ich nichts dabei, kommt zu mir! Der Bot war zu weit vorne! Ja, das konnte ich nichts machen, das... Aber ist jetzt 2 zu 6, Max, brauchst nur ein Tor machen hast du gewonnen! Gucken ob... Jetzt in den Kommentaren... Ob ich's aufhole oder nicht! Nee! Bei Max, brauchst nur ein Tor! Oh, ich hörts nicht auf! Warum fliegen doch doch! Fall doch mal nach vorne! Ich... Woll doch mal sehen! Warum fahr ich doch mal nach vorne? Ich... Ich... Ich fahr... Ich fahr wieder nach hinten! Ich fahr wieder diesen nach hinten dip! Nein! Du brauchst ihn nur ganz leicht anlatschen! Du brauchst ihn nicht mit voller Kakao! Und brauchst du auch nicht... Zu dein eigen Tor ballern! Max, noch 3 Tore, dann haben wir abwich und dich eingeweiht! Ist das gefährlich, oder nicht? Uff! Der war... Der war eng! Bin ich ehrlich! Oh! Und der ist... Nein! Ich fahr! Ich fahr! Ich fahr! Ich fahr! Ich fahr! Ich fahr! Wollen wir... Max... Wollen wir danach dieses eine Spiel spielen, wo der Ball auf den Boden kommen muss? Und dadurch ein Tor entsteht? Ja! Ich fahr! 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 Oh und schau dieses blöden Tor schon wieder! Ja, das Spiel ist ziemlich asozial, wenn man den nur einfach leicht berührt. Ne, mit einem Spieler, mit einem Spieler, das kann nicht verfallen. Du hörst ihn aber dabei noch. Ich schieß den Ball an, okay. Stich! 6-6, Max. Was sagst du dazu? Sorry, sorry. Ich krieg einen Anfall! Ich krieg wirklich einen Anfall! Nein! Nein, nein, nein. Oh! Oh! Okay, da muss man mit 2 gewinnen, das wird ziemlich gut. Da hätte ich nicht verloren. Oh, der war sogar ziemlich eng. Und, und. Scheiße, was? Ah, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch von mir. Okay, raus! Also gerne. Doch, doch, eine davon hält mir schon mal. Echt, dort ist schon mal eine Werbung, ich nicht. Egal. Automatisch irgendwo. Oh, Max. Wir beide gegeneinander. Das wird doch, das wird doch gefährlich. Ah, jetzt kommt die Pots. Hey, Maverick. Maverick. Du musst regeln. Ey, ich hasse dieses, weil du besprengst. Jetzt, komm, knall auf den Boden. Oh! Ja, Mann. Oh, ich hab ja ausgedrängt. Unser Weg. Nein, blau ist, blue ist, blue. Nein, ich springe unten durch. Nein! Boah, hab ich gemacht. Ja. Jetzt langer Ball, langer Ball. Ne, der Bärse, der wird ja ausgedrängt. Oh, doch, der wird ja auch eins massiert. Ey, Maverick oder so. Oh nein, das hört sich nicht zu. Ah! Blau. Mann! Ja, Maverick. Oh! Ich bin nicht gleich, um den Ball zu erwischen. Maverick! Immer den Ball. Ja! Wir haben schon eine Bleche frei, ne? Ja, ich weiß. Mann, ich bekomm... Blöck! Du Idiot. Ja, mach fast einen Eindruck. Ja, Maverick. Ich bekomm den. Maverick, du Idiot! An alle Leute, die wirklich Maverick heißen, sorry dafür. Wir können nichts dafür, dass dieser Bot zu heißt. Und ich kriege einen Anfall mit diesem blöden Ball! Weil ich den Ball nicht kriege! Aua. Jetzt! Geh auf den Boden! Der soll auch nicht tief ballen. Shit. Ja! Krach auf den Boden! Nein! Ich hab den Ball nicht mehr gepusht. Alter, ich lose gleich. Lose ab! Nein! Der darf nicht auf den Boden! Nein! Maverick! Shit. Noch mehr Schaden gemacht. Lange, ich bekomm den Ball nicht! Maverick! Hilf mir! Ja, nein! Oh, Maverick! Oh, ich krieg den Ball nicht ab! Ich krieg den Ball nicht! Warum nicht? Weil ich so schlecht bin! Los, Ditch an! Maverick! Maverick! Schaden gemacht. Ich hab null Boost. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das wird auch noch eine Zeit auch gemacht. Junge, bei uns gibt's viel größere Tor als bei euch essentiell. Oh! Oh man! Mann, schon wie abgeditcht! Aber Beine ins Eigentor. Los, Ditch an! Mann! Puh! Jetzt, Ditch, Ditch, Ditch! Nichts! Ach! Ja! Ja, Mann! Maverick, helf mir doch mal! Junge, ich bekomm den Flügel! Das alles alleine machen in Deutschland! Jetzt! Nach aufm Boden! Oh! Sala! Jetzt roll ins... Ja! Nein! Ach, komm, Mann! Junge, bei uns ist aber viel größere Fläche. Sehr wohl jetzt die Chance. Bam! Das ist doch bombastisch! Oh! Junge, du kannst da ein Tor machen! Na gut, da noch nicht! Wah, Mann! Guter Anfang, Maverick! Du kriegst doch einen kleinen Anfall wieder! Das Spiel macht mich aggressiv! Langsam macht das Spiel mich aggressiv! Weil ich bekomm den blöden Ball immer nichts ab! Oh nein! Scheiße, Maverick, gib Gas! Hab ihn! Maverick! Hab ihn! Oh nein! Lass ihn nicht los! Mann! Ich bekomm den so weg! Ich mach ein Eigentor! Maverick! Oh! Oh! Ja! Marverick! Sehr gut! Marverick! Los, los, los! Ab! In den Tor! Ab rein! Ab! Nein! 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 Mann! 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 stört er hätte man ja ich würde auch nicht und ich bin auch weg wenn ein Tor war freig war und das war bereit Oh, dann muss ich machen, Eigentor. Ja, 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 Mann! Marvrek, du eh! Ich bekomme den Ball nicht lebendig! Das ist ein Eigentor! Ja! 1-1 Scheinleiter! Marvrek! Ich hab nichts auf den! Das Spiel ist gar ohne! Ich bekomme den Ball nicht mehr lebendig! Ich werde jetzt mal meine Nase abrollen! Junge, ich bleib doch jetzt diesen Ball so was um die... Und... BAM! Oh Gott, ein bisschen Schaden gemacht! Jetzt geh rein, Ball! Scheiss, Marvrek, helf! Damage gemacht, sehr gut! Was? Marvrek! Mann, ich bekomme den blöden Ball nicht lebendig! Aua! Wieso bringst du mich jetzt dabei lebendig? Marvrek! Marvrek! Ja! Salte! Salte! Mach Damage! Mach Damage! Mach Damage! Mach Damage! Sehr gut! Scheinleiter! Marvrek, helf mir doch mal! Ja! Ja! Es geht Verlängerung! Marvrek! Marvrek! Marvrek, wir müssen den Ball jetzt beim gegnerischen Elf reinknallen! Verlängerung! Verlängerung! Marvrek! Oh, gut! Marvrek! Marvrek, ich baller den jetzt bei dem rein! Oh mein Gott! Scheinleiter! Bei euch ist das größte Tor, also! Größtes Loch! Ja! Ja! Oh nein! Marvrek! Ja! Mach Deun Schaden! Mach Deun Schaden! Ja! Nein! Ich erwisch! Marvrek! Mann! Mann! Oh! Nein! Wir kommen! Jetzt! Schaden! Sehr gut! Nein! Oh! Ich hab keinen Boost! Marvrek! Ja! Bring den Ball weg! Bring den Ball weg! Bring den Ball weg! Der muss doch einfach nur ins Tor! Ja! Aufgewählt! Aufgewählt! Oh mein Gott! Wie auf Lauf gewählt! Du bist zufrieden! Ja! Mach Schaden! Schaden! Sehr gut! Der muss doch nur da rein irgendwie! Mann! Ich bin... Verkomm den... Ball! Lass mich! Ich lebele! Ich lebele! Oh Scheibenpleister! Marvrek! Du weißt was zu tun ist! Oh! Mann! Kein Schaden! Ich bin nicht erwischt! Marvrek! Ja! Oh Gott! Du Scheiße! Oh! Schaden! Mach Schaden! Nein! Ich seh's nicht! Weiß es! Oh! Mach Schaden! Nein! Joke! Eine Minute sind wir schon eiskalt! Oh! Gott! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt berühren! Nicht berühren! Jetzt berühren! Höhe Rühe! Höhe Rühe! Mann! Oh Gott! Alter! Nein! Oh! Mann! Das Spiel ist... Du! Marvrek! Ja! Ja! Mach du Schaden! Blöde Ball! Ich bekomm die Ballen! Oh! Versteigendor! Echt! Jetzt hat mich einer der Bond an der Kiel! Ah! Schaden! Sehr gut! Oh! Schaden! Nicht! Oh komm! Knall einfach auf den Boden! Oh! Ja! Fast! Fast! Nein! Mach ihn frei! Ja! 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 See! Wie Sieg! 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 SieSha4k! SieGuijeiiec! Sieiik! Siei Кijk! Ja nochmal, aber mit mehr Bots, mit mehr Bots, sick, sick, geil, das wird so geist krank OP mann, mit 4 Bots, sick, sick, geil, das war geil oder? ai ai ai, Bandit, C Block und Best, die Regeln Alter! Du hast schon vielleicht berühr den Ball. Junge, also es ist 4 zu 4. Ja, Mann! Alter! Sieh! Nein! Oh! Berühr! Berühr! Ja, Mann! Oh, nein! Junge, ich würde sagen, 4 zu 4. Ja! Berühr sie! Nein! Sieh doch, blöde Blatt! Nein! Jungs! Ja! Ah, schade! Sehr gut! Knell den Ball rüber! Ja! Nein! Warum bin ich denn unsere Sache? Okay, orange ist der... Der ist orange! Ach, Mann, der war orange! Knell auf dem Boden! Ja! Junge, ich bekomme den Ball nicht! Nein! Ich bekomme... Ernsthaft, ich bekomme den Ball nicht mehr. lebendig! Ich glaube, 4 zu 4 sind einfach zu viel! Oder? Super! Hä? Jungs! Hol euch die Kugel! Nein! Und jemand hat mich geschupft! Abgeaktieren! Ich habe es gesehen, Max! Ich habe es gesehen! Was hast du gesehen? Das ist der Ball weggeknallt! Mann! Junge, ich bekomme den blöden Ball nicht lebendig! Ich fühle mich ein bisschen wie bei Volleyball! Oh, ich bekomme den blöden Ball nicht lebendig! Ja! Geh! Flieg! Oh nein! Oh mein Gott! Gott gehalten! Und! Ach, schade! Los! Fuck! Damage! Jungs! Jungs! Wieso seid ihr so Loser, Mann? Oh Gott! Das Ding ist gesprungen durch die Kante! Das Ding ist durch die Kante gesprungen! Das Ding ist durch die Kante gesprungen! Ich bekomme den sowieso blau! Jungs! Oh Gott! Orange, gut! Sehr gut! Aufgesprungen! Gut! Nicht gut! Ach, Junge, blau, warum bist du denn so? Nein! Komm, warte, den Ball ist es eng! Ja schon, aber blau hat ihn... Junge Bess, du hast den Blau perfekt für die gesetzt. Alter, ich hasse das, diesen Flick-Tack von dir. Die brauchen doch auch Punkte. Ach nee, und wir nicht? Jetzt mach denen doch die Kugel bei den Reihen. Digga, wer hat sie auf Rot gestellt? Auf Geld-Orange? Digga, wer hat mich explodiert? Das war Drecks. Jungs! Drecks war das? Mann, oh Gott, irgendwie. Geh rein! Nein, Riesendamage! Riesendamage heißt das. Riesendamage. Junge? Ja, ich bring... Ja! Damage, mach damage! Mann! Jetzt geht er irgendwie rein, Ball. Ah! Junge, das Tor ist verdammt riesig bei euch. Wir kriegen die Kugel nicht rein. Ja! Oh nein! Mann, du... Damage, 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 Damage! Nein, jemand hat mich weggekickt. Ah, jawohl, bis Damage macht euch. Jetzt lass sie doch mal rein. Alter, was ist der Lose? Oh mein Gott, was für eine Parade. Oh nein! Oh ja! Damage! Los, aktivier das Ding! Aktivier das Ding doch! Sehr gut! Oh nein! Nicht bei uns! Oh mein Gott! Das war übel, knapp, Falle. Ah, schon wieder Damage. Junge, wir bekommen, bekommen wir zu dich. Viel Damage ist bei euch. Okay, aktivier das Ding doch. Jungs. Ihr müsst mal helfen. Oh, mach Damage! Damage! Auch geht. Damage! Falscher Damage! Damage! Damage, 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 Damage! Ja, Mann! Geh rein! Hier! Ich hab von C-Block gut so! Oh mein Gott, ist das so chaotisch viel! Eins gegen eins. Ich glaube, ich muss die Zeit verlängern. Ja, bin ich auch dafür, ja. Oh, ich meine, es war drei Spieler. Vier Spieler sind es viele. Ich bin vier gut. Ich bin rot durch. Ich bin rot durch. Ich bin rot durch. Jungs, gut so. Geh hin. Und ich muss die Schwerkraft mit umschalten. Warum? Die ist doch gut. Nein, das ist zu stark. Das ist zu stark. Ich bin das gefangen. Das ist nicht ein normaler Standardeinsteller. Nein. Aha. Nein, ich bekomme einen blöden Ball nicht lebendig. Knall ihn auf den Boden. Ich schubs alle weg. Blöde! Alter! Oh fuck! Ja! Damage! Mann! Nicht Damage! Nein, Jungs! Wieder weg, Rot! Oh mein Gott! Was für ein Flagg war das denn eben? Nein, ich hab ihn nicht berührt, Jungs! Damage! Ach, schade! Dann hat der Dreck auf Blau geändert. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Nein, Ricks! Du blöde Ricks! Damage! Sehr groß Damage! Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, Verlängung! Es gibt Verlängung! Es gibt Verlängung! Ach du Scheiße! Ich falle den Ball jetzt bei dem da sowas fahren. Oh! Alter! Nein! Aua! Ah! Jungs! Schlag den nach hinten! Ah! Backe! Oh Backe! Hast du gu... Gut so! Ja, geh rein! Nein! Geh auf den Boden! Ja, Mann! Oh nein! Gut so! Nein! Jungs! Mach den weg vom Tor! Ich hab ihn nicht berührt! Doch! Lauf! Oh! Jetzt! Geh rein! Nein! Ich hab ihn nicht berührt! Ich hab's gesehen! Ja! Danke! Jetzt! Langer Ball! Einfach rein! Oh fuck! Bandit! Nein! 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 Oh! Ake! Backe! Backe! Kuchen! Nein! Nein! Ja! Oh nein! Das ist bescheuert! Schon wieder! Aber die Zeit muss aber deutlich länger! Mhm! Bin gespannt! Diesmal will ich aber auch gewinnen! Gewinnen! Ah! Scheiße! Ich hab mich verkannt, auf 4 Spiele umzuschalten! Auf 4 ist doch gut! Ja! Auf 3 Spiele umzuschalten! Sehr gut! So! Ich knall jetzt die Kugel sowas von da rein! Junge, pflege ich! Junge, wie hochficken! Achso! Liga! Junge! Ach! Ich bin ja rot! Ey! Wer hat mich explodieren ge- Junge! Ja! Das war ich! Achso! Mit Fähigkeiten! Bumm! Na! Mit Fähigkeiten! Ich weiß nicht! Aber okay! Ich mag das Spiel! Rumpel! Junge! Ich werde direkt immer explodiert! Das Spiel explodiert! Ja! Zwischendurch soll ja nicht! Geht Bummi! Silas! Damage! Mach Damage! Fick ich nicht hin! Was war das denn gerade? Das sah gerade witzig aus, oder? Ich bin so dermaßen verwirrt, ja! Mann! Mann! Mach Damage! Was war das denn? Was war das denn? Oh mein Gott! Sie hat so guten Damage haben Sie das gemacht bei uns! Hier! Ja! Ja! Das ist doch geil! So ist es doch besser, oder? Oh! Oh oh! Schieß das Ding weg! Jungs! 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 Kein A3! Kein Damage! Für uns! Alter! Oh Gott! Ach du! Das Ding ist auch mit... Oh! Hallo? Danke! Ja! Rot, Mann! Wuuu! Damage! Boah! So immer für Spiel doch Spaß! Oh! Jungs, Mann! Was für Genie! Du bist in meinem Team! Moment! Ich bin nicht jetzt rot! Ich bin jetzt... Ihr habt alle Damage für uns bei uns gemacht! Ah ne! Echt! Ich bin dumm! Ich bin der Temporange! Und Blau nicht Orange! Ja! Ja! Ich wundere mich nicht... BAM! Scheiße! Riesen Damage! Oh! Aufgehalten! Oh! Aufgehalten! Oh gut! Ist ja gut! Nein Jungs! Mach doch Damage! Nein! Nein! Oh Gott! Das war knapp! Ehm! Ehm! F***! Ich komm nicht an den Ball ran! Nothing! Oh mein! Geil! Nein! Oh Mann! Los! Mach Damage! Oh! Jawoll! Mach Damage! Mach Damage! Mach Damage! Mach Damage! Oh Gott! Niemand! Junge Mann! Was ist das schon wieder? Ja! Vielleicht hätte ich das lieber lassen sollen! Jetzt geh rein! Ah! Dschungerbeich ist ja gefühlt alles... Alles Blau! Scheiße! Nein! Orange! Blau! Jetzt knall die Kugel runter! Nicht auf unser Feld! Ja! Mach Blau! Mach Blau! Gut! Nein! Ja! Nein wer hat... Oh nein! Mach doch Damage! Jawoll! Damage! Mach Damage! Mach Damage! Oh Gott! Riesendamage! Bamm! Du zieh dich! Damage! 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 Nein! Ja! Er hat mir den Boost verpasst! Boost? Ja, so. Das ist krass. Ja! Damage! Mach Damage! Nein! Damage! Damage! Ich meine, das ist falsch. Damage! Jetzt gut so! Nein! Bei mir ist der letzte Hand wurde gerissen! Ja! Mama mia! Das Santo Salvero! Junge, ich muss mich jetzt erstmal daran gewöhnen. Junge! Wo bist du? Ach du Scheiße! Juhu! Geil! Das ist ja geil aus, oder? Ja! Ja! Hier guck ich's an! BAM! Eins zu eins! Jungs! Wir packen das! Hier auf den Boden! Aber ich... Und hiermit kannst du locker auch fliegen! Was? Also mit diesen... Alter! Mit diesen Einstellungen kannst du auch locker fliegen! Ja! Ja! Oh Gott! Los! Mach doch Schaden! Ja! Mach Schaden! Mach Schaden! Mach Schaden! Mach Schaden! Nein! Okay, gut! Nein! 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 Oh! Mach doch blau! Ich krieg kein Collapse wieder! Alter! Der berührt mich! Ja! Nein! Verstabend! Oh! 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 Ich hab den Ball nicht berührt! Wärenlos! Jawoll! Riesendamage! Oh! Oh! So süß! Oh! Oh! Weck! Tschüss! Ja! Jungs! Stell doch mal auf blau! Nein! Oh mein Gott! Aua! Nein! Oh! Oh! Jungs! Oh! Es macht doch... Damage! Oh! Jetzt macht doch... Oh! Boah! Riesendamage! Riesendamage! Mach! 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 Boah! Ich wurde explodiert, Digga! Ah! Ich hab dich zu der Extrem gebracht! Ok und tief! Nein, nicht schon wieder! Du Idiot legt dich doch auf den Boden! Sehr gut, danke! Warum kicken mich die Menschen alle? Nein, nein! Nein, auf den Boden, Mann! Probier auf jeden Fall, ich will Schaden machen. Ich vergriff sie gerade durch die halbe Map einfach! Ja, mach blau! Oh, ich bekomm den Boden nicht! Ja, ja, Damage, 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 Damage! Nein! Decker, wer hat mich berührt? Mann! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Oh Gott! Ja! Damage! Mach Damage! Mann, es stimmt doch nicht! Oh mein Gott, das war knapp! Nein! Ohohohoho! Das war knapp! Los, mach Damage! Los! Ist doch sowieso wohl! Nein! Ah Gott! Ah Gott! Los, mach! Digga, wer schubst? Junge, das Ding fliegt durch alle Ecken! Los, doch land doch auf unsere Plattform! Das tut Damage, Ding! Jetzt! Lande Ball, lande! Oh! Schwier viel Damage gemacht! Junge, ich fliege gerade weg! Siehst du das? Oh, geil! Yes, Mann! Oh! Gerade, wo ich die blöde Post hatte! Mann! So, Jungs! Ich mach nochmal! Aber mit, also mit dieser Einstellung kannst du auch verlieren! Ja, aber nicht gut! Junge, einen einzigen Balken drauf! Blau, wow! Da ist sie! Oh! Ich krieg einen Kolob! Jetzt mach doch Damage! Oh! Danke! Oh, verdammt! Hä? Jungs! Landet! Lande! Lande! Oh nein! Land doch! Blödes Speed! Wohin willst du? Alter! Oh! Oh, Alter! Schon wieder, dass ich gar nicht so mache! In welcher Ehrelos hat er es getauscht! Hahaha! Toodidoodidoo! Oh Gott! Oh nein! Nicht schon wieder! Gut! Los! Lande! Nichts! Oh, Alter! Land doch! Oh, jawoll! Wir haben's gekackt! Wir haben's gekackt! Was? Was habt ihr? Ich seh' nicht! Ich seh' nicht! Nein, das ist klar! Standroller! Mann! Das kippt doch nicht! Ah! Ja! Sieh! Ah! Das ist wahr! Aber mit diesem Special-Effekt... Ich weiß nicht! Weil es gibt so Special-Effekte, die sind ätzend! Ja! Ich kann das auch umschalten auf normalen... Es gibt irgendwie verschiedene! Wie denn jetzt fahren? No risk! No fun! Achso! Keine Reakt... Also keine... Ähm... Also no risk! Also nichts riskieren! Achso! No risk! Wer fliegt dabei bei uns? Keine... Ach... Ach... Die Sektion! Wo man drei Samen auswählen kann! Hä? Dicke... Ich bin... Mann! Mach doch Damage! Bei uns! Ja! Welche Farbe bist du denn? Äh... Fischdreck! Ich bin blau! Ist doch nett! Ich bin blau! Ich bin auch blau! Nein! Doch! Oh! Du bist orange! Haha! Nein! 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 Sehr gut ummenschieß! Nein! Nicht krissen... Nicht krissen... Nicht krissen! Nicht krissen... Nicht krissen... Nicht schon wieder! Nicht schon... WIEDER! Boah! Schön abgehalten auch! Nein! Oh gut! Komm! Ich kann nicht springen. Warum nicht? Jetzt klatsch ihn aufm Boden Mann, du blöde Pficht Ja! Danke für das Einfrieren! Nein! Nichts auf... Danke! Nur mehr! Ich verliere nur noch! Sehr gut! Aber ich muss ja gewinnen! Ja blau! Blau! Blau muss ja verlieren! Ja! Und es gibt... Jungs! Jawoll! Ach Gott! Mann, der blöde Magneter! Setz das immer um! Hör mal auf! Au! Verlust! Ich wollte gerade hinfliegen, ja, Leute! Ich hab keine Kontrolle! Toller! MAAAAN! Jetzt! Gut schon! Ich krieg keinen Anfall! Nein, Alter! Das war knapp! Ja! Digga, wer rammt mich? Ja! Kommt der mit! Tick! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Tief Damage! Bleib das Ding... Bleib das Ding hoch! Bleib das Ding hoch! Bleib das Ding hoch! Jungs! Nein! Falsche Richtung! Ich tippscht! Oh, fuck! Falsche Richtung nach oben tippschen! Los! Mach Damage! Mach Damage! Nein! Nein! Okay! Mann, Alter! Lass mich gerade ernsthaft umgefahren! Wieso? Habe ich dir jemals was getan? Nein! Siehste? Ich hatte diesen Turbo-Dings gehabt! Könnte ich das dafür? Nein! Ja! Ja, Mann! Alter, jetzt geht's euch! Oh, verkack ich nur noch! Okay, dann hab ich auch ineinander! Hass auf das Spiel! Und... Bam! Gut so! Das so werd ich sehen, Jungs! Das werd ich sehen von euch! Jetzt und jetzt muss er nur aufm Boden aufkommen! Nein! Alter, ich bekomm... Jetzt macht Damage! Ah, fuck! Jetzt, jetzt hätte der mal schön rot sein können! Oder, Max? Nein! Oh! 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 Damage gemacht! Oh! 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 Ich wurde einfach wegzulappiert! Oh! Danke! Jawoll! Tiefball! Oh! Ich bekomm den blöden Ball nicht! Was fällt dir denn da grade? Versuch den Ball irgendwie zu kriegen! Tartic hat durch nen Wirbelsprung abgeflogen! Ehe! Wer hat den Ball wegge... Kick! Danke fürs Damage! Jungs, aufpassen! Flieg! Flieg! Ja, flieg! Ich bekomme den blöden Bein, ich lebendig! Ey, wer hat ihn aktiviert? Oh! Nein! Der hätte schon ins Tor ran fliegen können! Oh, ich bekomme Kollaps! Digga, gib mir diesen Ball! Nein! Nein! Nein, ich habe noch einen Tor gemacht! Oder ich habe noch einen Tor gemacht, oder? Ja, scheiße! Oh, ich bekomme einen Kollaps! Hast du ja noch vier Minuten! Sitze auf! Sitze auf! Was denn? Du hast das Team gewechselt! Das ist jetzt ziemlich fair play! Damage! Sehr gut! Alter! Kann ich jetzt sehen, mal rot färben? Ich denke, ich erwische den! Alter! Aua! Das hat mal ganz viel Zämmich gemacht schon wieder! Oh Gott! Oha! Damage! Nicht! Ich bekomme den Tor nicht! Ich bekomme den Tor nicht! Jungs, seid ihr blöd? Da ist doch ein Tor von uns! Oh, ihr seid doch nicht mehr ganz dicht in der Birne! Die Tor mit der Tor? Ja, nein! Ui! Uhuh! Das war Klapp! Mach ihn weg! Tschüss! Das war Klapp! Uhuh! Ach du Pfeil! Sinn! Vor allem! Los! Damage! Ohohoho! Bleib der Tor oder was? Sorry! Nie! Nein! Wie nein? BAM! Los, schlägt doch auf die Plattform ein! Versuch ich! Safe jetzt einfach unser Tor! Hast du es gesehen? Nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott, dann ist der mit Mocken! Max, wir werden ihn, glaube ich, verlieren. Warum? Unsere komplette Blatte schreiten gleich. Nein! Tor von Yuri! Müssen wir noch zwei Minuten aushalten. Und deren Platten sieht's Bombe aus, als ob die erst gerade ein Tor kassiert wird. Haben die Eier auch? Oh! Ey, hast du gerade die gesehen? Wir haben das jetzt nur ein... Ich sehe, das tut doch! Ja. Wir werden ihn verlieren, wenn es so weitergeht. Junge, ich kann nicht fliegen. So, jetzt! Mach mich durch! Lasst mich alle durch! Ich bin ab! Ja, mach ihn irgendwie da rein! Nein! Schubst alle blauen weg! Ich bin ab! Nein! Dieser Egoist! Dieser blauen Egoist! Aua! Kasper hat mich getötet! Noch eine Minute! Noch Minute 18, Max! Was?! Ich hab den nicht erwischt! Oho! Oho! Eingefraun! Ich weiß, das war ich! So! Ich schick's in der Riefer nicht drauf! Oho! Vorsicht! Ohne tiefen Ball! Ohne tiefen! Oh mein Gott! Das Ding hat mich gerührt! Bam! Uff! Uff! Ach du Schade! Vorsicht! Vorsicht! Der macht... Der hat ihn auf Bumble berührt! Nein! Oh! Das ist wieder alt! Die ist geh aufm Boden! Oh! Der muss nur ins Tor! Ey! Nein! Geh einfach rein! Nicht! Da lang! Oh! Oh Gott! Stuhl abgewehrt noch! Lecker! Eieieieiei! Ab! Los! Ja! Geh rein! Ja! Riesendamage! Sechzehundsieckige! Ich schicke so an der Wahnsinnbruch! Kaspar! Hab ich umgebracht! Junge! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Ein! Das war's! Und ab! Win! Chi Chi! Eieieieiei! Eieieieiei! Eieieieieie! Hast du gesehen? Ein Tor habe ich geschlossen! One! Und ich habe... Null! Jo! Oh Gott! Schnell frei! Mal gucken wer besser schlafen kann! Ach das ist ja immer noch dieser Einstellung! Ach! Der fliegt zu Geistes! Wuuu! Der fliegt zu Geistes! Wuuu! Der fliegt zu Geistes! Er soll doch irgendwo rennen! Ja! Hey! Konstantinopel! Der Ferse meines Mitarbeiter! Gamer! Da hat der Berg hat... ...ich hat im Tor fast gelandet! Sehr arme! Fall... Iiiiiiiieieieieiein! Joooooo! Wir wollen auch... Oh! Malay. Guck ich sehen wie schön er reingeflohen wird. Es wird echt gut reingegangen. Ok Jungs, ich geh'n. Ich fahin. Schicki, ich fahin. Malay. Malay. Fahin hab' ich gesagt. Ja! Oh mein... Gott! Oh-hohohohohoho! War das klapp? Hast du gesehen wie klapp das war? Jaaa... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alter, ich bekomme den fucking Ball kommen! Bleiben klein! Stärf! Oh! Pein an Eigentor! Was ist das? Ich klinge nur an Putzenbaum! Ach komm! Jack! Marley! 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 Wann zieh dich! Du hast mich zerstört! Uff! Bin ich mal erwischt? Aua! Ich hab mir diesen Puck nicht klar! Das hab ich nicht! Ach das ist ja viel zu fest! Marley! Oh mein Gott! Jetzt! BAM! 1 Abends! Uff! Er ist immer auf 10 Minuten gestärkt! Das war nur noch Standardmäßig auf 10 Minuten! Okay! Nein, nein, nein! Normalerweise 5! Nein, hier 10 Minuten! Aber nicht diese Schnelligkeit! Dass wir 100% immer Boost haben! Das weiß ich! Nee, das war noch woanders heute! Jetzt! NICHT! Schon! Nein! 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 Guck mal, der so springt dieser! Guck! Ja! Nein! Du hast ihn noch abgewehrt! Ja! 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 Von euch und pute Kugel auf den Hals! Tschüss! Marley! Du Mann! Oh, Marley. Du Idiot! Marley! Oh! Marley! 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 Blieきます! Oh! Hoh! Wat das eigentlich auch Yankei ist, das wird... personn IIichícioSGG! Tor! Guck dir's an! Marley! Marley! Nein, flieg doch hoch du! Du bist schöner Ausgewicht noch gerade! Nein! Du hast ihn noch ein Tor zulassen! Nein, nein, nein! Ich mach gerne noch eins! Kannst du knicken! Wer sagt das? Das ist ja alles so! Marley! Marley! Ich komm nicht! Du musst regeln! Nein! Marley! Marley du regelst das! Nein! Marley du Idiot! Das Ding fliegt da so komisch! Alter! Ja! Oh! Schade! Das Ding fliegt da rechts! Oh! Marley! Joooo! Ah! Komischer Bot! Komischer Bot! Oh Gott! Eigentor! Oh Gott! Marley! Du regelst! Nicht! Alter! Oh! Das war krank! Alter! Ist er stark gerade! KI weiß, dass wir am verlieren sind! Nein! Marley! Ja! Ein Tor! Schade! Oh mein Gott! Der Idiot hat mich wirklich aus dem Tor gekickt! Das war knapp! Marley hat es gewagt! Sein Mann! Hahaha! Oh mein Gott! Das war knapp! Achtung! Er kommt! Oh mein Gott! Einmal hochzukommen! Dann kommst du gefilten! Wieder! Oh! Marley! Jetzt unsere Chance! Miller! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Marley! Das ist unsere Chance! Marley! Nein! Oh Gott! Digga! Ich komm mit dieser Kugel noch nicht! Der Puff nicht bekannt! Tipp oder Puck nicht zurecht! Junge! Nein! Nein! Hahaha! Gegner ist zerstört! Oh Gott! Maxine! Oh Gott! Was? Was? Er ist er! Er ist er! Oh! Er fehlt! 3-3! Marley! Go! Meie! Die Kühe hat sich gekleckt! Das ist wie zerstört oder was? Marley! 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 Yes! No! Yes! No! Yes! Yes! No! 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 Oh Gott! Ich hab's gesehen! Das ist wie ein Scheißesgefühl! Ah! Mein Kug! Ich hab's gesehen, dass du mich gefummt hast! Warum? Oh, mehr Spaß. Und... Ach, ich bin so gefühlt. Maley! Maley, ich bekomme den Ball! Maley, Konter! Nein, ich bekomme den Ball! Ich nenne den Ball! Maley! 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 Waschlinowitsch! Zlatan Ibrahimovitsch! Alter! Alter, was ist das? Viel zu weit! Maley! Was ist das? Ihr beide! Unzertragbar! Junge, ey! Wir werden hops genommen, schon wieder! Nein, nicht hops genommen! Scheiss, Puck! Scheiss, Puck! Geil! Ja, wo es geht? Als eigenntot hast du es nicht! Das ist hier sehr zu eigen. Du bist einfach weggerutsch. Jesus... Maley! Warum hilfst du denn, ey? Oh mein Gott, was für ein hübscher Vogel ist da aber leider zu schädlich. Mal ey, so macht man das. Nicht! BAM! Nein, das ist weit weg. Schade. Das wäre ein schönes Tor gewesen. Oh! Perfekt! Ey Mal ey, der Ball ist viel zu hoch Mal ey! Alter! Oh mein Gott! Mal ey! Mal ey! Mal ey! Oh mein Gott! Ist das gut? Der ist krank und spannend gerade! Hahaha! Oh! Mardey du Mastinovich! Uuuuh! Mardey ich fahr! Ich fahr! Ich fahr! BAM! BAM! Alter wie weit wenn ich ihn weggeschneidet immer? Was? Komm nicht dran! Mardey hilf mal! Oh, sehr gut! Fahr, Marley, Marley! Nein! Digga, nur minimale Anstupster. Junge, ich bekomme die Beine wieder. Marley! Schlecht, danke Marley. Marley, für dich! Ah, zu viel, sorry. Marley? Marley, fühlst mich zu viel. Nein! Marley? Nein! Ihr bombardieren euch mit Flanken. Scheiße, Marley, ich hab versagt, Marley. Ja! Schieß den Ball ins Tor! Schieß den Puck ins Tor! Los! Okay, ich losse ja schon. Nein! Nein! Nein, das ist Tor! Es gibt keinen vollen Tor. Doch! Doch! Oh mein Gott, ich hätte wieder ein Abbruch. Los! Nein! So weit! Marley! Marley! Nein! 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 Das gibt's doch nicht! Marley, wir gewinnen! Das ist zu gut. Marley, du Idiot! Max, du weißt was das heißt? Feintor. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Wir verlieren Dippo noch! Alter, was ist denn heute? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Rang, Bruder! Das gibt nicht mal Schummi! Max, du weißt was das heißt? Feintor. Wir sind am Arsch. Nee! So schnell habe ich nicht. 3, 2, 1, wir werden jetzt ein Tor machen! Wir sind nicht so schlecht. Wuuu! Ja, tschau! Tschau! Junge, 1.031 Punkte. Oh, Junge! Du musst viel draus und alle mitmachen. Mal alleine und erst jetzt. Okay. Das war's. Dann, dass ihr zugeguckt habt. Magst du, Bruno, was sollst du sagen? Haut gerne bei mir vorbei. Haut gerne bei Tijan... Tijan... T... also... Tijan Arno vorbei! Tijan, Abu! Genau. Und wir sehen uns damit das nächste Mal wieder. Bis dann! Und tschau tschau! Tschau 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 tschui! Tschau tschau tschau!